sehr herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal und zwar haben wir uns im letzten video damit beschäftigt welche produkte in den nächsten monaten erscheinen heute wollen wir ein bisschen daran anknüpfen und mal schauen welche decks könnten denn in den nächsten monaten top meter werden weil wir haben mittlerweile schon einige angekündigte karten und auch angekündigte deck themen die auf jeden fall richtig richtig gut sind und heute wollen wir uns dann noch mal ein bisschen anschauen welche dieser decks haben denn tatsächlich dann potenzial top meter bei uns zu werden und da gibt es auf jeden fall einige wirklich interessante kandidaten das kann ich euch auf jeden fall schon mal versprechen lasst dem video unbedingt wie immer einen dicken daumen nach oben da würde mich riesig freuen vielleicht schaffen wir hier ja auch die 200 daumen nach oben ansonsten es fehlen noch fünf abos zu den 6600 würde mich riesig freuen wenn wir die zusammen auch noch voll machen könnten würde mich wirklich sehr sehr freuen ansonsten schreibt mir gern auch mal in die kommentare falls ihr irgendwie weitere decks habt von denen ihr vermutet hey die könnten auch noch gut werden hast du nicht darüber gesprochen das würde mich auf jeden fall auch noch mal interessieren und was ich noch mal sagen muss unbedingt ich werde jetzt bei kein dieser deck themen komplett in die tiefe gehen ich werde euch die grob beschreiben so dass ihr einen groben überblick bekommt hey um was geht es bei diesem deck was möchte das deck erreichen was sind die stärken und ja wie gesagt jetzt genug gequatscht gehen wir rein ins video kommen wir auch direkt zum ersten deck thema für heute und zwar ist das das gute des bia deck thema was ja jetzt auch in dawn of majesty bei uns erscheint dauert also nicht mehr ganz so lange aber wer generell noch mal wissen möchte wo die ganzen karten und decks des heutigen videos erscheinen schaut sich am besten noch mal das letzte video von mir an denn dort habe ich noch mal vorgestellt wo was rauskommt und generell geht es dann noch mal über die sets der nächsten monate und das ganze des bia thema dreht sich mal wieder rund um fusionen letztendlich hat es natürlich auch noch suchkarten in form von effekt monstern die natürlich für so ein deck auch sehr sehr wichtig sind und die natürlich auch wichtig als fusionsmaterial für dieses deck sind und ich meine die wichtigste karte oder eine der wichtigeren ist auf jeden fall der vielspiel hier drin wir kennen es ja aus der vergangenheit es gibt sehr sehr viele decks wo richtig richtig gute vielspiels drin sind und diese karte würde ich letztendlich auch dazu zählen weil ja durch diese karte braucht dieses deck keine poli um fusionsbeschwörung durchzuführen denn in der main phase dürfen wir einfach mit monstern von der hand und vom feld eine fusionsbeschwörung denn für eine stufe 8 oder höher fusionsmonster letztendlich durchführen oder benutzen das ist alleine auf jeden fall schon mal sehr sehr stark und das ermöglicht dem deck natürlich die plays die es auf jeden fall auch machen möchte in form von seinen ganzen fusionsmonstern und das hier zum beispiel ist schon mal eins der absoluten herzstücke des decks denn diese karte ermöglicht als quick effekt die atk allen anderen offenen monstern auf dem spielfeld bis zum ende des spielzuges zu null werden zu lassen und das ist auf jeden fall wichtig wenn man eben das andere fusionsmonster noch auf das spielfeld bekommen möchte oder das vielleicht auch schon auf dem spielfeld hat denn dieses gute kerlchen hier sagt dass wenn man eine karte oder einen effekt aktivieren möchte muss man 600 life points dafür zahlen da richten wir so ein bisschen tricks da flashbacks und wenn man dann erstmal diesen log zusammen hat mit dem kerl hier ja letztendlich ja die atk zu null macht und dann noch den kracher hier liegen hat dann ist das gar nicht mehr so einfach das ganze letztendlich loszuwerden weil zusätzlich gibt es auch noch protection effekte die auf jeden fall auch noch mal wichtig sind aber stellt euch mal vor ihr müsst für jede karte und jeden effekt 600 life points zahlen und ihr spielt ein combo deck also dann kommt ihr auf jeden fall ganz schnell ins schwitzen das könnte dann böse ausgehen vor allem ihr könnt das ding ja nicht mehr so leicht outen weil vielleicht wollt ihr in die battle phase gehen kurz oder in der end of main phase quick effect kommt der typ hier macht eure atk der monster zu null und schon wird es relativ problematisch ich meine ist okay ist jetzt nicht sonderlich broken aber es kann auf jeden fall richtig richtig gut sein und vor allem man kann auch den gegner noch sehr sehr leicht überraschen indem man nämlich diese karte hier benutzt und zwar branded in red und zwar kann man eine fusionsbeschwörung damit im gegnerischen spielzug durchführen weil es halt eine quick spell ist was auf jeden fall auch noch mal sehr sehr stark ist das heißt es ist für den gegner teilweise unberechenbar wann letztendlich dieses burn monster aus spielfeld kommt ich meine man kann sich irgendwo natürlich dann denken wenn da irgendeine set card ist aber das heißt ein dark ruler no more oder sowas hilft dann in dem fall vielleicht nicht weil man die fusionsbeschwerung erst danach durchführt deswegen finde ich branded in red auf jeden fall eine sehr sehr starke karte gerade auch für dieses deck thema und über was wir natürlich auch sprechen müssen in diesem deck wird dogmatiker gespielt und generell kann man das ganze auch mit schadol spielen es gibt natürlich genug decklisten die man so im internet schon sieht oder auch replays wo das ganze tatsächlich mit schadol zusammengespielt wird ist sicherlich eine der varianten die mit auch eine der besten werden könnte ihr könnt mir allerdings auch gerne mal in die kommentare schreiben mit welchen anderen decks ihr das noch so zusammen spielen könnt und würdet ansonsten ja überall wo man schadol spielt und natürlich auch schießen wird natürlich dann auch die winder gespielt eine win me more karte letztendlich weil winder ist eine riesen floodgate gewinnt immer noch ganz ganz viele spiele und es gibt natürlich auch fallen of albas karten die man hier drin letztendlich spielt das ist einmal der gute albion the black lit dragon den man hier drin spielt und natürlich auch den normalen fallen of albas weil es natürlich perfekt letztendlich in die karten spielt auch gerade wie man die monster dann beschwören möchte was teilweise dann auch bei den beschwörungsbedingungen draufsteht das harmoniert auf jeden fall wunderbar miteinander und wie gesagt ich habe es eben schon mal kurz angesprochen dogmatiker ist ein ganz ganz wichtiger bestandteil dieses decks und meiner meinung nach muss ich auch sagen ist die version mit dogmatiker die beste variante von despier ich weiß einige von euch sehen das anders habt ihr mir im letzten video schon mal unter die oder in die kommentare geschrieben aber das was ich so bei den replays mit angeschaut habe sieht echt böse aus deswegen glaube ich ist the way to go mit dogmatiker und ja ich denke despier wird uns auf jeden fall eine weile begleiten und hört sich für mich auf jeden fall alles im ganzen nach einem sehr sehr starken deck an und wir gehen mal weiter zum nächsten deck das nächste deck was in den nächsten monaten auf jeden fall auch noch deutlich interessanter werden wird ist das gute live twin oder evil twin je nachdem wie ihr das nennen möchtet das hat ja ganz ganz komische namen und das liegt letztendlich daran dass für dieses deck thema ein neues link monster angekündigt ist werden wir uns natürlich gleich auch noch mal anschauen und letztendlich ist es natürlich enorm praktisch weil das komplette deck thema eine relativ kleine engine hat das heißt man kann hier drin problemlos letztendlich irgendwelche handtraps spielen oder auch andere sachen in form von traps was man dann eben gerade spielen möchte und die beste karte davon ist die gute key sie kiel namenstechnisch wird das auf jeden fall wieder mal eine herausforderung weil theoretisch ist mit dieser karte eine one card combo möglich aber auch die anderen karten wie die gute lila oder auch die lila treat oder treat ich habe keine ahnung wie man die ausspricht ist auf jeden fall alles auf jeden fall sehr sehr interessant für dieses deck thema und das deck thema bekommt jetzt auch in kürze in dawn of majesty tatsächlich auch schon einen wirklich sehr sehr starken spell mit dem man das deck quasi noch ein stück weit konstanter macht weil man sich damit eine live twin monster vom deck der hand hinzufügen kann und wenn wir da mal schauen ja das ist ein live twin monster das ist ein live twin monster und das eben auch das heißt wir haben hiermit einmal die kese kill die lila und die lila treat einfach haben wir drei möglichkeiten die wir uns hiermit letztendlich alle suchen können und zusätzlich gibt es da man auch noch ein bisschen burn damage obendrauf was wirklich auch mal ganz interessant sein kann ist allerdings jetzt nicht ja die spielstrategie den gegner tot zu hören kann aber sicherlich mal ganz gut kommen und wer aufgepasst hat die gute kese kill ist ein cybers monster deswegen kann man hier wunderbar auch seine meinen spielen was das deck noch mal ein stück konstanter macht weil umso mehr suchkarten man spielen kann umso besser das wissen wir natürlich alle und die link monster die man hier drin spielt die sind sowieso schon richtig richtig gut zum einen kann man einmal was vom gegner schießen zum anderen noch mal eine karte ziehen das ermöglichen letztendlich diese beiden ding monster mit den unterschiedlichen effekten könnt ihr euch allerdings gerne selber nochmal durchlesen ist ja hier eingeblendet und das neue evil twin link monster letztendlich ist extrem leicht zu bauen durch diese normale one card combo weil letztendlich holt das eine link monster das andere zurück und aus den beiden link zwei jahren letztendlich baut man dann eben das neue monster und dieses ding hat den effekt dass es als quick effekt sich im gegnerischen spielzug zum beispiel einfach als tribut anbieten kann und kann dann die anderen beiden linken monster einfach als spezialbeschwörung vom friedhof beschwören das heißt ihr habt eine interruption im gegnerischen spielzug und ihr bekommt noch mal eine weitere handkarte was ich sagen oder wozu ich sage ist auf jeden fall richtig richtig gut und zusätzlich müsst ihr euch das vorstellen vielleicht habt ihr noch irgendwelche trap set ein paar handtraps das erinnert mich so ein bisschen an prank jetzt oder vielleicht auch an ja salaman grade und ich könnte mir vorstellen dass dieses deck so von der spielstärke sich ähnlich einreiht und auf jeden fall großes potenzial hat in den nächsten monaten meta technisch da ganz oben mitzuspielen ich habe euch ja auch schon angekündigt die karten sind gerade am steigen haben wir euch schon mal drüber gesprochen das heißt wer das deck noch spielen möchte holt euch die karten jetzt dann bevor das richtig richtig teuer wird weil das könnte definitiv passieren ansonsten das deck finished natürlich auch wie heute fast jedes deck über den guten access code talker ein bisschen linke klein und das ist natürlich auch hier drin sehr sehr stark kann aber auch noch auf sich weitere linken und zu zurückgreifen aber sicherlich hier noch mal eine nette option die ich noch mal wehnen möchte deswegen ja live twin strich strich evil twin ein deck was auch richtig richtig gut werden könnte kommen als nächstes zum guten flander reese deck thema es gab ja lange keine guten winged beast decks mehr deswegen hier direkt das nächste und flander reese wird wahrscheinlich auch ein richtig richtig gutes deck werden ist ein deck was letztendlich auf ganz ganz vielen normal beschwörungen letztendlich basiert und letztendlich auch auf banish effekten deswegen wird der dimension shifter wahrscheinlich hier auch eine karte sein die zum ersten mal in den top metadeck play sehen wird was auf jeden fall auch spannend zu sehen sein wird müssen aber ein bisschen abwarten ob sich das letztendlich final durchsetzen wird und der gute rubina letztendlich kann den guten igel suchen und der gute igel ist eine der wichtigsten karten des decks denn das ist so ein bisschen der stratus des decks denn wenn diese karte beschworen wird dürfen wir unsere hand eine stufe 7 oder höher winged beast von unserem deck der hand hinzufügen und das wichtige dabei ist wir dürfen nachdem dieser effekt resolved ist letztendlich noch eine weitere normal beschwörung direkt hinten dran hängen das heißt wir können das auch im gegnerischen spielzug machen wenn wir diese karte irgendwie aufs feld bekommen und genau diesen effekt müssen wir uns jetzt mal merken das wird nämlich gleich noch mal wichtig wir schauen aber erstmal weiter zusätzlich hat dieses deck natürlich auch weitere dicke tribut beschworene monster die dann effekte machen können die teilweise auch relativ stark sind da zum beispiel hier ist ein book of eclipse wenn man die bedingungen letztendlich erfüllt was auf jeden Fall auch richtig richtig gut sein kann aber die karte die wir letztendlich beschwören möchten ist die flat geld in person und zwar der gute x m pen oder ich habe keine ahnung ob diese namen sie so aussprechen und ob die letztendlich auch schon final sind aber diese karte zum einen ermöglicht auch noch mal eine weitere normal beschwörung was auf jeden fall immer schon mal gut ist aber diese karte sagt vor allem dass gegnerische monster in angriffsposition die gespecial sind ihre effekte nicht mehr aktivieren können und da stelle ich mir direkt zu die frage wie soll man diesen guten pinguin hier dann bitte outen wenn man seine monster die dicken fallen und die guten gespecialten nun noch in defense beschwören darf und naja da ist die antwort für mich wird verdammt schwer und fast unmöglich denn es gibt auch noch einen weiteren battle phase effekte der auch noch ein quick effekt ist letztendlich dass wir eine karte von unserer hand banischen können und dann werden die angriffspunkte eines gegnerischen monsters bis zum ende des spielzuges halbiert und das sind alleine so viele effekte die es ganz ganz schwierig machen gerade so eine karte hier zu outen aber diese karte sucht tatsächlich auch noch eine trap in diesem deck die ganz ganz wichtig ist weil in der kerncombo recycelt man sich den eagle den wir uns von angeschaut haben der quasi noch mal suchen darf auf die hand zurück und diese karte sucht dann wiederum die trap und wenn wir die trap aktivieren dürfen wir nachdem die trap eben aktiviert wird eine normal beschwörung eines stufe 4 oder niedriger ja winkbeast monsters durchführen gibt mehrere möglichkeiten die man damit beschwören kann aber in den meisten fällen möchte man damit den eagle beschwören und eagle sucht tatsächlich dann riser den megamonarch und wer beim eagle aufgepasst hat weiß dass wir direkt danach eine normalbeschwörung durchführen können und in den regelfällen haben wir einfach genug monster auf dem feld um den guten riser dann direkt danach als tributbeschwörung zu beschwören und damit den gegnern noch mal zu interrupten was richtig richtig stark ist aber wenn wir tatsächlich keins dieser plays möglich haben aber zum beispiel eine windbarriere statue auf der hand haben dann dürfen wir auch diese mit der netten trap einfach im gegnerischen spielzug auf unser spielfeld beschwören was natürlich auch hier und da mal in den auto win sein kann und das ist auf jeden fall richtig richtig stark das heißt wir haben einige floodgates die wir in diesem deck spielen und das ganze wird letztendlich komplett oder noch ein bisschen besser gemacht durch konstanz karten wie pot of prosperity der natürlich hier drinnen absoluter staple sein wird genauso auch wie out of duality das heißt wir werden hier ein deck haben was durchaus mal bricken kann deswegen spielt man hier gerne diese konstanz karten aber wenn man erstmal im spiel drin ist dann wird es richtig richtig schwer da noch irgendwie sich raus zu spielen als gegner deswegen denke ich es flander ist ein deck was richtig richtig gut werden wird kommen wir noch zum letzten deck für heute und zwar ist das das gute xian gian deck thema was er jetzt auch in burst of destiny letztendlich komplett richtig ausrasten wird aber tatsächlich in dawn of majesty bekommt auch schon seinen schwert meister der alleine allerdings noch nicht so viel faxen anstellen wird aber gerade diese karte die ich euch hier eingeblendet habe die hat es vor allem da richtig richtig in sich weil die ist letztendlich ein draw effect und ein token produzierer in einem und man kann mit dieser karte tatsächlich direkt eine synchro 8 durchführen was in den meisten fällen wahrscheinlich der gute ja emancipator dragite sein wird aber wir schauen uns später eh noch ein paar synchro monster an die dieses deck hier so basteln kann und generell kann ich schon mal sagen das ganze deck thema basiert auf tokens weil die ganzen spells und traps die dieses deck hat die produzieren tokens wenn man sie banished und das ist auf jeden fall richtig richtig stark weil die tokens können natürlich für weitere synchro beschwörung benutzt werden und naja da kann man sich das feld auf jeden fall schnell mal komplett voll floten und der zusätzliche karte die in diesem deck auch jeden tag auch play sehen wird ist die neue gläser die angekündigt ist die in diesem deck thema wahrscheinlich ja besser sein wird als in allen anderen deck thema was man auf jeden fall auch noch mal auf dem schirm haben sollte aber ich habe es eben schon mal kurz angesprochen dieses deck thema hat eigene spells und traps und zusätzlich hat man hier drin auch noch mal eine trap mit dem man auch noch mal zusätzlich karten des gegners schießen kann was auf jeden fall auch noch mal sehr sehr nützlich sein kann und da könnt ihr euch gerne auch noch mal den bärnisch effekt durchlesen der dann letztendlich die tokens produziert und es gibt natürlich auch noch eine spell wo man sich karten vom deck suchen kann weil das wäre ansonsten ja schlecht man muss natürlich so ein deck konstant halten deswegen natürlich auch suchbare sachen und ja da ist diese karte natürlich richtig richtig gut für dieses deck thema jetzt zu den synchro monstern die dieses deck so beschwören kann ich habe es eben schon mal kurz angesprochen der dragite sehr sehr einfach zu beschwören indem man ein tuner und einen non tuner monster benutzt und man braucht ein wasser monster im grave letztendlich um damit einen spell and trap in die geld zu haben und wer aufgepasst hat das gute monster was ich euch eben gezeigt habe ist natürlich wasser das heißt die bedingung ist damit letztendlich direkt erfüllt ansonsten hat das tech thema auch noch wirklich starke themeninterne synchro monster das zum beispiel ist einfach mal so eine ja im permanence als monster im gegnerischen spielzug was auch richtig richtig gutes mit 2800 atk zusätzlich nochmal und wenn man dann mit diesem deck noch rote kahn möchte hat es auch noch ein dickes boss monster was dann nochmal letztendlich mehr adk boost bekommt durch gebärnischte karten aber das könnt ihr euch gerne selber nochmal durchlesen da möchte ich jetzt nicht in die tiefe gehen ansonsten weitere generische synchro monster die hier tatsächlich play sehen könnten sind zum beispiel der ruddy rose dragon der ja bis jetzt eigentlich noch gar kein play gesehen hat aber da drin könnte der tatsächlich interessant werden ansonsten ja sie könnte hier mal wieder ausgepackt werden eine der optionen die so bereitstehen genauso wie auch der gute baxia der jetzt glaube ich auch den reprint vor kurzem erst bekommen hat ansonsten wird hier drin tatsächlich auch shenshin gespielt auch eine karte die man natürlich benutzen kann ist ja auch nochmal so eine floodgate um den gegner letztendlich ja lahm zu legen alles weitere gute optionen und eine karte die wir leider noch nicht bekommen die kommt erst in legendary duelist synchro storm aus das set wurde ja verschoben aber wenn diese karte rauskommt und zwar der gute baroness de fleur dann geht dieses deck richtig ab weil dann könnt ihr quasi gar nichts mehr machen das ist ein dicker negate nochmal und der auch nochmal schießen kann eine richtig richtig gute karte aber wie gesagt wird noch dauern bis nächstes jahr bis diese karte letztendlich herauskommt aber ich glaube dass bis dahin das deck thema auch alleine schon gut genug sein wird und wie gesagt ich habe es angekündigt das deck thema möchte ganz ganz viele spielmarken beschwören ist glaube ich auch nochmal neu ein top meter deck zu haben was wirklich spielmarken beschwört wird sicherlich auf jeden fall alles ganz ganz spannend zu sehen sein und ja in dem sinne würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten mal ciao ciao